Warum wolltest du Sportkultur in Veranstaltungsmanagement studieren? Und zwar war ich immer sehr an Sport interessiert und habe es eigentlich seit meiner Kindheit die ganze Zeit ausgeübt und früher auch leistungsmäßig und habe dann festgestellt, okay, mir gefällt es im Sport aktiv zu sein, vielleicht auch abseits vom normalen Sportalltag und haben dann wirklich festgestellt, okay, das Sportmanagement, das ist eine coole Sache im Bereich wirtschaftlicher Aspekte und trotzdem noch mit kreativen und engagierten Leuten zusammenarbeiten und Sportkultur und Veranstaltungsmanagement bindet halt die Kultur und die normalen Veranstaltungen damit ein und habe viel Gutes über Mundpropaganda gehört und habe mir gedacht, ja, das könnte wirklich was für mich sein. Welches Praxisprojekt hast du schon gemacht? Ich habe mit Studierenden hier an der FH dann Slamming gemacht, also sehr weit entfernt vom Sport, mehr in die Kulturbranche rein und habe dann aber vielleicht von zu Hause schon die kulturelle Schiene auch ein bisschen mitbekommen über Theaterbesuche oder Opern und habe dann einfach für mich festgestellt, hier an der FH, da kriege ich die Möglichkeit quasi beides voll und ganz auszufüllen und so zu machen wie ich will. Und wo es jetzt als nächstes hingeht, das ergibt sich dann für mich, weil der Sport finde ich spitze und ich liebe den Sport, aber die Kultur kann mir Sachen bieten, die es im Sport halt so nicht gibt und die Range ist hier einfach extrem groß.